Halli, hallo, hallöchen und willkommen zurück zu Half-Life 2. So, wir sind hier irgendwo in ein Loch gesprungen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Oh, ich werde es ja merken, früher oder später. Tut das alles voll? Voll! 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 Ich habe ihn getroffen! Ja. So. Ähm. Okay. Ganz toll. Ja, ja, ganz toll. Hör auf damit. Ähm. Hier so. Und da so. Und dann darüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Hör, 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 hör. Muss ich jetzt lang darüber? Ähm. Was zum... Ähm. Ich glaube, es ist runtergefallen. Toll. Hätte ich nicht in diese Spalte geguckt, hätte ich trotzdem 100, äh, Gesundheitspunkte gehabt. So. Hier so drauf. Und mal fix warten, bis es wieder hochkommt. Hallo? Ist niemand. So. Und nun? Achso. Alles klar. Hier so rum, numm. Ich habe die ganze Zeit Angst, ich falle hier irgendwo in eine Spalte rein. So. Zum Beispiel bin die da. Das war knapp. Was ist denn das hier? Mensch. Was bauen die denn immer für eine Scheiße hier? Kann doch keiner mit leben. Bei mir ist hier überhaupt niemand. So, ich werde mal ein bisschen Energie sparen. Ich glaube, ich befinde mich zur Zeit in dem, äh, Hauptangelpunkt des Bösen. Oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich hier rüberkomme. Ich muss irgendwie da rüber, glaube ich. Yay! Ich dachte schon, es gibt keinen Boden. So, jetzt bin ich ja gespannt, wo ich bin. Na, immerhin. Gut, dann nochmal. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es auch einen gescheiten Weg, wo man nicht runterfällt. Aber ich bezweifle es. So, renn. Ach, nee. Kein Licht, Mensch. Ähm. Uiuiuiui. Das war schon wieder so eine Knabbelsache. Okay. Hier so lang? Hier so? Hallo? Hallo? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, hier so runter. Okay. Mach ich. Und nun hier lang. Alles klar. Ich will hier nicht runterfallen. Ich will hier nicht runterfallen. Okay. Ich muss mich jetzt in so ein Ding begeben. Darf aber nicht die von der Schiene nehmen, weil die dort reinfahren, sondern die von der anderen Schiene. Nee, ich will da nicht rein. Geh weg. Geh weg. Geh zu. Ich will durch. Danke. Und jetzt hier so rein. Okay. Ich dachte schon, der lässt mich nicht rein. Yay! Und jetzt erstmal eine ewig lange Fahrt ins... Nirgendwo. Vor allem, was ich mich ja frage. Hier ist so viel Platz. Und hier ist einfach... Nichts. Ich meine... So... Nichts halt. Nur Licht. Geh nicht ins Licht. Aber ein Ladebildschirm ist. So, darf ich jetzt wieder was sehen? Danke. Weil, guckt euch das doch mal an. Das ist alles leer. Hier fliegen ein paar... Dinger rum. Und ein paar Schien sind hier. Und ein paar sinnlose Kabel... Dinger, aber... Sehr schlechte Platznutzung. Das geht echt besser. So. Jetzt fahre ich erstmal eine Ewigkeit. Meine Kollegen, was kann ich denn erzählen? Das ist schönes Wetter. Es liegt kein Schnee mehr. Wow. Iiii. Ich finde die übelst eklig. Ach, scheiße. Schon zu weit. Mhm. Okay. Das ist schon effizientere Platznutzung. Hier sind wenigstens mehr Schien. Hm, okay. Wo geht's jetzt lang? Da lang. Okay, okay. Was mir aufgefallen ist, ich hab schon lange nicht mehr diesen, äh, Typik gesehen, der immer überall rumsteht. Der Krawattenfuzzi, Heini, Dingens. Der uns immer diese Aufgaben gibt. Äh, Gott. Ich hasse die. Ich hasse euch so sehr! Vor allem, das sieht immer so aus, es hat lieber harte Beine. Das ist eklig. Vor allem, was ist denn das immer so für eine knappe Sache hier? Und nochmal hoch. Oh, kann es ein bisschen schneller gehen? Nein, ich hätte die CE nehmen sollen. Hallo? Äh... Oh, Tageslicht. Wow. Und die habe ich ja auch so gern. Hallo? Vor allem, wenn man die am Himmel sieht, dann sind die immer so übelst klein und jetzt sieht man erst mal, dass sie so... Äh, weil man die am Himmel sieht, sind sie natürlich übelst groß. halt optisch gesehen und jetzt sieht man, dass die voll klein sind. Züge fahren hier auch. Sehr super. Huch. Lasst mich mit. Bin ich langsamer da? Vielleicht jetzt? Oder so? Die gesamte Folge. Okay, eine Fahrt ins... Oh, ich bin da. Ich seh's schon. Ich weiß nämlich, was jetzt passiert. Wow. Oh Gott, das heißt, dass ich fast schon fertig bin. Ach du Scheiße. Ich muss mir unbedingt überlegen, womit ich weitermache, wenn Half-Life 2 zu Ende ist. Kann ich laufen. Slow motion. Oh mein Gott. Nein. Nein, meine Gucke. Nein. Nein, meine Arm. Prost. Meine geliebten Waffen. Meine Schrotflände. Nein. Yay, gib mir das. Jetzt gefällt's mir viel besser. Ich liebe nämlich dieses Aquamarienblau. Necomaia. Stopp. Necomaia. Ich liebe es. Also jetzt, falls es jemanden nicht bemerkt hat, man kann jetzt Menschen damit anziehen und man kann damit auch schießen. Also wenn die Person bzw. das Objekt nah genug dran ist. Das ist cool. Ja, halt die Klappe. Geh weg. So. Erstmal meinen Gedöns aufladen. 200. Das ist so geil. Ich finde das so geil. Das ist jetzt... Also ich finde das ist jetzt so ziemlich der einfachste Part im ganzen Spiel. Das Ende. Irgendwie schon. Also, ich weiß auch nicht. Der Schwierigkeitsgrad, der nimmt stark ab. Seht euch das doch mal an. Das ist kein Ding. Ich bin jetzt bei 98 oder 92 und jetzt kann ich nochmal hinlaufen und nochmal auftanken. So. Fertig. Wahnsinn. Das ist so wahnsinn. Oh, Blut. Ich habe noch Licht. Cool. Aber ich habe keine Waffen mehr. Ich meine, das ist jetzt die Oberwaffe, aber... Komm. Übrigens ist mir auch aufgefallen, wenn man zum Beispiel eine Person auf eine andere drauf schleudert, dann stirbt die getroffene Person, glaube ich. Ja. Sieht so aus. So. Noch irgendwas? Ach, halt die Klappe. Komm lieber her. Komm. Seht ihr? Der ist gerade gestorben. Lasst euch Zeit. Kannst auch mal herkommen. So, ein Scheiß. Wer kommt mal her? Ich wollte alle mit mir kuscheln, das finde ich aber cool. Ja, gelenk. So. Und weiter geht's. Eigentlich ist das nur noch ein, äh, durch die Gegend laufen und Gegner... ...keine Ahnung, durch die Gegend werfen. Es ist nicht mehr viel los, finde ich. Bei der Klappe. Äh, das ist auch schlau. Ich kann damit sein Gelaber unterbrechen, wenn ich die Dinger einfach kaputt mache. Naja, ihr könnt ja sehen, was er labert, wenn ihr da unten lest. Ist er noch da. So. Hier so lang. Ich seh vor allem überhaupt nicht. Ich sollte vielleicht mal Licht benutzen. Ach ja, und wenn Gegner da reinkommen, dann sterben sie auch instant. Ich glaub, ich kann auch sterben, wenn ich da reingehe. Der ist so halb drin. Ich geh da rein. Man kann die auch so durchziehen. Dann sterben die auch. Wo kommen noch mehr? Komm, halt die Klappe. Verschwinde. Ui. Kommt da noch welche raus? Wo muss ich denn überhaupt lang? Ach so, hier ist ein Ding uns. Kommt noch jemand? Nö. Oh Gott, dann geh ich weiter. Kommt doch noch jemand. Halt doch die Klappe. Komm, geh weg. So. Lasst mich doch in Ruhe. Okay. Fahrstuhl fahren. Hä? Ach so. Hui. Ach so, und man kann natürlich auch diese, ähm, Lichtgugeln sich nehmen und verschießen. und die sind sehr, äh, ja, sie haben schon einiges drauf. Aber man kann sie halt nicht sehr, äh, sehr lange, ähm, mit sich rumtragen, weil die dann an Energie verlieren. So. Mal eben auftanken. Das ist wirklich kaum noch ein Problem, hier zu überleben. So, ich hab doch gerade... Stirb, 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 stirb. Ui. Hey. Stirb doch. So, ich werd nochmal ganz schnell auftanken. Na komm, nochmal hier. Na komm. Ganz einfach. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Komm her. Stirb. Und nochmal auftanken. Gut, dass das Ding hier so rumsteht. beziehungsweise dranhängt. Habt ihr es dann auch irgendwann mal? Ihr habt doch eh keine Chance gegen mich. Stirb. 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 Ihr müsst alle sterben. Die Hobbylosen. Stirb. 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 Äh. Habt ihr es auch irgendwann mal? Escob. Stirb. Stirb. Ich glaub das war's gut. Nochmal fix aufladen. Und schon geht's weiter. Seht ihr, da ist schon wieder das nächste. Man kann natürlich auch mit den Dingen rumwerfen, wenn man Bock drauf hat. Wenn sie denn da sind. So, und noch ein Ladebildschirm. Das geht ja ganz fix hier. Das geht sogar so fix, dass ich Angst habe, dass ich zu spät weiß, was ich als nächstes zocke. Ach ja, übrigens, bevor ich es vergesse zu sagen... Ich will jetzt reden, halt die Klappe. Halt die Klappe, ich will jetzt reden. Bevor ich es vergesse zu sagen, heute kommt... Also, heute ist ja Samstag, heute nehme ich das auf. Der quatscht immer noch. Werde ich statt Alice Madness Returns etwas anderes hochladen. Das kommt jetzt aber nur für 10 Folgen. Also, ich werde jetzt dieses Wochenende statt Alice Madness Returns, werde ich zwei andere Folgen hochladen von etwas anderem. Und wenn ich es zeitlich schaffe, wird es im Laufe der nächsten Woche auch neben Half-Life 2 noch die sozusagen Special-Folgen geben. Was es ist, das werdet ihr sehen, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Naja, und Alice, das kommen dann... Also, es sind ja insgesamt 10 Folgen von dem Special. Und je nachdem, wie ich es Zeitlich schaffe, kommt Alice Madness Returns wahrscheinlich erst übernächstes Wochenende wieder. Aber es guckt sich eh kaum jemand an, also macht es nichts. So, hat noch jemand was zu sagen? Irgendwelche letzten Worte? Nimm das! Nimm das! Nimm das! Nimm das! Und das! Und das! Oh, ich steppe! Da habe ich ja glatt gar nicht drauf geachtet. Naja gut. Die Folge, die heutige, ist eh vorbei. Seid ihr eng gefroren? Ja, mit diesem wunderschönen roten Bildschirm verabschiede ich mich für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Habt ihr endlich gemerkt, dass ich tot bin? Schön. Tschüssi!